Verlangen des Wolfes Die Bären des Blue Moon Cylons Buch 2 Wölfin Jenna Max kann Ärger riechen, vor allem, wenn er ihr in Gestalt eines unwiderstehlich unergründlichen Cowboys wie Cole Harper begegnet. Ihr junges Rudel befindet sich bereits im Fadenkreuz einer skrupellosen Gruppe von abtrünnigen Schurken, sich Hals über Kopf in einen Menschen zu verlieben, würde ihre Lieben nur noch mehr gefährden. Das Problem ist, dass ihre Wölfin ihren vorbestimmten Schicksalsgefährten erkennt, wenn sie ihn sieht, und das ist Cole. Der professionelle Rodeoreiter Cole Harper war noch nie so verwirrt. In einer Minute begehrt er Jenna, die temperamentvolle Kellnerin, die ihm nicht aus dem Kopf gehen will, in der nächsten knurrt er eine düstere innere Stimme an, die alle möglichen verrückten Dinge von ihm verlangt. Wie, den Mond anzuheulen und Jenna als seine in Besitz zu nehmen. Es gibt nur eine Sache, die stärker ist als das überwältigende Bedürftes nach Jenna, und das ist die Angst, dass er ohne sie der seltsamen inneren Bestie erliegen wird, die unbedingt die Kontrolle über seine geplagte Seele an sich reißen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017